Z. gegrüßt und willkommen zur dritten episode meiner heaven world let's play serie viel spaß beim zuschauen ich habe immer noch kein plan per building okay campment turret ist alles nicht beschädigt war gut zu wissen dass ich die möglichkeit dazu habe craft ich hatte ja kein was hatte ich mir fehlte metall oder sowas na piece of metal 10 oder so etwas piece of metal ich habe zwei okay genau so sieht es aus wahrscheinlich muss ich erst mal wieder meine waffe anlegen das macht und die machete genau dann wechseln nachladen ich laufe lieber mit dem ding rum so war die scheune immer schon da was kann ich denn hier machen hier kann ich mir sachen rausnehmen moment mal kriege ich hier vielleicht metall raus wie sieht es überhaupt aus ich hatte irgendwie zwei davon das sind schokoriegel okay gunpowder cookies ich kann die map rein und raus so mit dem mausrad interessant wo sind auch irgendwie zombies südöstlich von uns aber ich suche grad stoff nee wo soll denn übersehe ich das jetzt hier hier kann ich nicht hoch oder runter okay dann suche ich halt hier nach dem metall sheet metal black plague wechseln okay ach wir lassen das mal hier und gehen nach im südosten muss noch lernen wie man die map hier liest vielleicht kann ich ja irgendwie helfen ein paar zombies zu töten wäre schon cool wenn einer mitkommen würde ich laufe mal einen an vielleicht kommt ja mal mit siehst aus wie jemand der ahnung hat wo ich halte ich erst mal die kann ich gar nicht heilen kommst mit mir was reputation habe ich zu wenig weil ich habe nur 240 ok suche ich mal wen der eventuell weniger reputation hatte einer hiervon aber die können wahrscheinlich nicht kämpfen die sehen mir nicht so aus wie die typischen naja egal wobei der eine sieht schon aus wenn er häufiger mal raus geht komm mal mit oh alter alle haben mehr als ich reputation du vielleicht alter alle haben mehr nö und ich suche mir einen oh man das sind die einzigen zum mister ja ich guck mal fertig ist so mehr reputation gesammelt dass die mich lieb haben sollen es sein hier unten irgendwo vielleicht finde ich auch unterwegs metall habe ich dann zum in der richtung hinter oder vor dem gebäude warum sehe ich die denn auf dem minimap aber ich sehe kein gebäude und hier steht gleich einer vor mir das könnte ich auch sein kann das leider noch nicht einschätzen der muss an der straße sein der zombie so ein hotdog zombie ich versuche mal den zu erschießen piff okay nachlagen geht recht schnell das hat er nichts dann sollte man vielleicht auch nichts anzeigen dann schaue ich mal ob ich hier irgendwie metall finde das sieht aus wie ein camp vielleicht finde ich da auch irgendwie direkt die waffen dann muss ich mir keine craften natürlich ist alles leer oh jetzt geht das wieder los mit den türen und ich gehe direkt hier in dieses camp ich höre mehrere schritte das scheinen meine zu sein kann ich hier durch oh ich sollte auch mal was essen so langsam oh das passt cool wie komme ich denn hier rein da und 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 was ist das ein beutel oh muss ich jetzt jedes zelt hier durchsuchen oh auch toller eingang na vielleicht direkt in die lagerhalle gehen für größere müllbeutel die wahrscheinlich auch alle leer gelootet sind hm nicht sehr ähm befriedigend ob ich was auf diesem naja türmchen finde wow so ein toller zaun und dann ist hier alles offen wo komme ich denn hm ok lassen wir das dann gehe ich hier jetzt die gebäude durchsuchen ok hier soll auch irgendwie oh gott wo bin ich denn hier ist das camp ich bin ich bin doch was zum teufel wo bin ich denn hingelaufen moment mal wo ist mein camp da ich bin neben dem camp ich bin östlich vom camp hier irgendwo ist ja super dass ich hier nicht foster city ne moment mal fields ist die karte den mob genordet moment mal das sind die gewächshäuser hier ist dieses auto ich bin hier irgendwo oder bin ich das hier ich bin das hier oder hä oh zombie ganz in der nähe sogar irgendwie ja der wird schon kommen oh gott hinhocken danke oh gefährliche treppe ohne geländer oh die können doch nicht alles weggelootet haben na ich meine wenn die fraktion wow wenn die fraktion von mir es weggelootet dann kann ich es ja eh irgendwann da rausholen essen oh gott das bringt wieder nichts chicken leg macht mich durstig cool aber halt viel äh ja oder je nachdem wie man es nennen mag oh rohsteak wie kann ich denn hm ich muss erst mal was trinken gut dumm die dumm hier war leer oder hab ich da reingeschaut keine ahnung mehr natürlich leer was auch sonst wie komm ich denn weiter hoch gar nicht toll oh hier soll irgendwo ein zombie in der Nähe sein spawnen die irgendwie nach oder so ah ja doch das wäre sinnvoll oh hier ist ein schießstand sind hier vielleicht irgendwelche nö hm erinnert mich ein bisschen an DayZ oder DayZ wo man einfach sehr wenig Loot nur hatte zumindest fängt man hier mit etwas an hier ist wahrscheinlich nur Benzin drin oh Draht hallo Draht mitnehmen genau und die will ich das vielleicht auch Batterien und Sheet ok brauche ich nicht ich nehme nur das hier mit und die Batterien ich weiß zwar noch nicht wofür ich die brauche aber vielleicht kann ich die ja abgeben oder tauschen was auch immer ach das war es jetzt hier wow und hier war es drin nö oh oh irgendwie kommen die Zombies immer näher und hier kommt noch einer hin zum Looten von meinen Leuten glaube ich Container kann ich hier eigentlich hochhüpfen nö ja da sind die Zombies oder einer oh lass mir die Zombies ich will oh das sind zwei oh das hat er mich ein bisschen unverwundbar hm oh der hat auch äh oh kontaminiertes Blut brauchen wir das oh Treibstoff ist gut aber was mache ich mit dem Blut kontaminiertes Blut nehmen wir mal mit was hat er er hat einen abgelaufenen Fisch und Blut ach ich nehme jetzt einfach alles mit ich lege das einfach in unsere was auch immer Truhe rein das Ding ist da wo ich eben dran war hier ist ja jetzt super viel Loot ich gehe nochmal hier in diese Baracken oder was auch immer rein ja meine Leute folgen mir jetzt und wollen auch da looten wo ich war leider ist hier nichts hier wird auch immer noch einer rumlaufen oh hier sind viele Müllbeutel vielleicht finde ich ja was dummdi dumm ist die Frage wo der Zombie will ja auch immer die hier heißen sein soll oben unten ich schau mal kurz hier um die Ecke ne er wird irgendwie hier drin hocken na komm oh Gott ist das ja man sieht ja noch weniger so hallo Zombie wo ist der denn hier drin vielleicht wow so hinhocken runterhüpfen so wo oh hi wow warum bin ich denn so lahm und warum kriege ich keinen Schaden da gucke ich auf die falschen Sachen ich gucke links da wo mein Herzchen ist hier komisch oh ich habe Skillpoints immer noch oh Brot ja cool kann ich gleich mal ein Brot essen ähm Skillpoints ja okay gucken wir mal eben nach den Skillpunkten hallo achso das war ja hier was brauche ich nicht brauche das alles nicht im Moment wobei Moment mal Lockpicking Leadership Terrible mhm achso Leute in meiner Gruppe okay vier Punkte habe ich noch Medizin bin ich kompetent kann ich leider nicht erhöhen weil ich jetzt die Punkte ausgegeben habe Construction Master Verhandlung wie ich jetzt wüsste achso achso da habe ich gerade angefangen dann machen wir mal da oh ich bin ich kompetent okay das ging schnell ich muss hier noch mehr Dingens farmen okay wir töten dafür einfach mal Zombies und was ist das eigentlich für Lagerfeuer auf der Map ah ja da war ja was Moment Tracking ich renne jetzt mal in die Richtung wo diese Rucksäcke sind ich weiß eh nicht mehr was da jetzt drin war ob das sinnvoll gewesen ist oder nicht was war denn da ein Gefängnis oder so das wird sich doch mal lohnen da rein zu gehen ähm aber jetzt sehe ich mich auf der Map seltsam Mork Prison oh da muss ich hin aber davor gehe ich zu den Rucksäcken hier und schaue mal an ob sich das lohnt das Tracking immer anzustoßen ich frage mich gerade was ist das hier Tracking achso lalala auf meine Ausdauer achten weil die ist sehr langsam beim Recover beim oh einer ist affected mit der schwarzen Pest oh 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 was zum Lockpicken das ist gut oder werden wohl irgendwelche NPCs gerade gefressen oh hier haben wir doch wahrscheinlich oh äh äh Lehm Piece of Metal das ist schon mal gut oh das brauche ich alles achso alles hallo danke und ein Tier drin Lockpick mach mal ja komm öffne direkt Stein Steine sind eingeschlossen vielleicht sind die auch wertvoll man weiß es nicht also ich weiß es nicht aber solange ich Platz habe nutze ich die Sachen auch ok ähm hier würde ich auch mal schauen gehen ich überlege auch gerade mhm was heißt denn wohl dieses Lagerfeuer auf der Map dass da vielleicht ein Camp ist von irgendwem von irgendeiner Fraktion wir schauen einfach mal wir können ja hier einfach reinlaufen in das Gefängnis und es scheinen ja auch keine Zombies da drin zu sein ohne Kiste ich mag Kisten in Spielen da ist oft was drin aber auch sehr häufig nichts ja warum hat man hier so eine ok ich hinterfrag das mal nicht bei ihm ist das schrecklich wenn man First Person spielt wegen der Schrittgeräusche viel zu laut irgendwie ach hier Besucherraum cool und wieder nichts drin kann ich hier durch die Scheiben wahrscheinlich nicht oh irgendwer wurde geimpft gegen die schwarze Plage Pest oder auch was damit gemeint dann soll dieses infiziert sein halt wieder nix auch nix es werden aber immer mehr Zombies hier bei mir in der Nähe ich muss aber auch aufpassen nicht dass die näher kommen das wäre nicht so gut und ich habe mich gerade verlaufen glaube ich groß ist das Gefängnis ja nicht oh ich habe meinen meine Ausdauer verbraucht super ok Zombies kommen nicht näher das ist gut vielleicht soll ich mal wieder Tracking machen aber das geht wahrscheinlich gar nicht solange der Timer noch läuft oh hier muss doch irgendwo was sein was ist denn das hier ach so das sind Duschen oh mit Sichtschutz so ein Luxus hier ich glaube die Zombies kommen näher oder ne die gehen nur langsam in die Richtung ok die kommen dadurch ja näher ne ich gehe wieder zurück im Moment hier lang da da oh hier kann man trainieren hm und die ganzen Meldungen links die nerven schon ein wenig muss mal schauen ob ich die ausmachen kann ähm action list ne graphic das ist nur Grafik blablabla äh Iron Man Aim Assist Combat Button nö brauche ich alles nicht Sprache Englisch Französisch ja wir lassen das mal so so habe ich auch mal die Einstellungen gezeigt ah hier sind die Zellen oh sehr komfortabel oh ein Beutel nichts ja Zombies kommen in der Tat näher oh so ein Turm hm etwas praktisch ja oh hier ist nirgendwo was drin oder ich kann nicht nochmal Tracking machen nö wie erwartet geht es nicht wenn der Timer noch läuft oh was machen die Zombies denn ich sollte da mal schauen gehen wenn ich jemals hier rauskomme aber das wird kein Problem sein nehmen wir die Abkürzung nach unten so aber die scheinen nicht zu wissen dass ich hier bin die Zombies so jetzt sind wir wieder draußen da ist diese was auch immer Box wo nichts drin war gehe ich mal auf den Turm hoch und gucke runter hier wird sowieso wieder nichts drin sein bei meinem Glück oh und es wird gerade dunkel dum 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 die Aussicht ist nicht schlecht ok ich hätte auf den anderen Turm gehen sollen ach die haben hier sogar ein ganzes Büro drin wie cool mit Bänken für Besucher ok zwei Telefone irgendwie ja schon cool so ein Büro hier zu haben aber irgendwie würde ich mich auch sehr unsicher fühlen mit der Treppe im Rücken ja ok man guckt ja schon hier so hin so rechts ja das sieht man wenn man am Rechner sitzt aber sonst sieht man auch nicht viel oder oh die Schrittgeräusche ne angenommen ich sitze jetzt hier so bin ein bisschen erhöht ja ok ich sehe wenn hier einer hoch kommt aber sonst habe ich nicht so wirklich einen Überblick von hier drin ok ich kann da hingucken zum anderen Turm zu dem Turm naja ach da ist ein Lagerfeuer ok war ich da schon ich weiß es gar nicht mehr die Frage ist jetzt wie sinnvoll ist das wenn ich zu den anderen das ist ja noch ein größeres Lager mit Zelten so nördlich von hier mal schauen ein Dekontaminat Dekontaminat Dekontaminationscenter mein Gott so Wohngebiet ach Krankenhaus Baustelle nicht entdeckt das sieht aus wie so ein das würde ich eher in einem Hafen vermuten so ein Lager Gedöns Trainingscamp ja da ist das wo ich eben war das ist ja quasi hier hm wie heißt das Gefängnis jetzt Malk Prison ok kann ich hier einfach runter oh 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 fuck oh fuck dann hüpfen wir runter naja keine Superentlandung oh die haben sich aufgeteilt die Zombies ja wir gehen die nochmal eben zerschlagen vielleicht haben die ja was schönes für uns hm ja geh da halt rein ok werde ich niemals treffen oder das hört sich auch nicht so wirklich an als wenn das Schaden machen kann mit diesem Revolver hier sieht sogar aus wie ein Militärzombie ok ok ich bin hier jetzt habe ich das erste Mal den getroffen wow oh eine Kartoffel und wieder kontaminiertes Blut vielleicht kann ich damit ja irgendwas anfangen und der Heilung irgendwas zu der Heilung beitragen wer weiß der hat nix drei Schuss reicht hier noch für einen Zombie wenn ich den auch treffe komm mal her ach wir machen das so ich würde lieber die Munition für irgendwelche Nicht-Zombie-Gegner benutzen obwohl es auch keinen Nachteil hat wenn man hier schießt man zieht keine Massen an Zombies an naja das war ja ein schöner Ausflug heute wenn euch die Episode heute gefallen hat können sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen und um zu sehen wie ich die Welt hier weiter erkunden werde solltet ihr meinen Kanal abonniert haben bis zum nächsten Mal z z z z z z z z z Untertitelung des ZDF, 2020